Ich sah das Ende der Welt. Ich konnte den Tod spüren. Jean, das war doch nur ein Traum. Ich hatte viele Namen in ebenso vielen Leben. Ra, Krishna, Yahweh. Seit die Welt weiß, dass es Mutanten gibt, gab es geheime Gesellschaften, die in ihnen eine Art Wiederkunft des Herrn sehen oder ein Zeichen Gottes. Sie glauben, dass vor vielen zehntausend Jahren ein uraltes Wesen geboren wurde, der allererste Mutant. Ihr seid alle meine Kinder und ihr seid verloren, weil ihr blinden Anführern folgt. Aber jetzt bin ich hier für euch. Wo auch immer dieses Wesen war, es hatte stets vier Anhänger, die es mit Macht ausstattete. So wie die vier Reiter der Apokalypse. Das hat er aus der Bibel. Oder die Bibel hat es von ihm. Was ist? Oh Gott, er kann uns alle kontrollieren. Charles! Die Welt braucht die X-Men. Deshalb bin ich hier, um zu kämpfen. Nicht alle von uns können ihre Kräfte kontrollieren. Dann tut es nicht. Es herrscht Krieg. Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen. Und aus der Asche ihrer Welt werden wir eine bessere erbauen. Ich habe noch nie zuvor eine derartige Macht gespürt. Tack, dass du immer für ältest hast. Seitましょう! Bis zur nächsten Minute! Vielen Dank. Vielen Dank.